Wäre es nicht ein Traum, sich einmal in dem Kleiderschrank eines Royals umzuschauen? Besonders spannend wäre dabei sicher die Garderobe von Tatjana Santo Domingo. Die reiche Erbin mit kolumbianischen Wurzeln beweist immer wieder ihre Stilsicherheit und ein sehr gutes Gespür für Mode. Als Designerin weiß die 37-Jährige eben immer stets, was angesagt ist. So tritt die Frau des monegassischen Adligen Andrea Kassiragi bei einem High-Society-Dinner in London wieder in einem atemberaubenden Look auf. Als Trendsetterin setzt die schöne Brünette auf den Boho-Look. Ein hellblaues florales Maxi-Gleid mit halblangen Ärmeln und dezenten Raffungen machen die Modedesignerin zu einem Hingucker. Die Haare trägt Tatjana dazu passend offen mit leichten Wellen. Die Farbe der Blüten, die sich auf dem Kleid befinden, nimmt der Royal in seinem roten Lippenstift wieder auf. Lässig stylt die Mutter von drei Kindern das Outfit mit silbernen Details. Eine lange Kreuzkette, Kreolen, Sandaletten und eine Mini-Bag runden das Outfit ab. Mit diesem schönen Boho-Schick-Style verzaubert uns die schöne Frau von Andrea Kassiragi ein weiteres Mal.